So, da wollen wir mal Angriff der Westfront starten. Da bin ich mal starten. Warten wir's backen. Ich bin von den Hauptgradier den Befehl ein wichtiges Gebiet der Karte einzunehmen. Das ist das MG, das ist immer cool. Panzerabwehrkanone, Infanteriegeschütz ist auch cool. Das ist das MG, das ist immer cool. Panzerabwehrkanone, Infanteriegeschütz ist auch cool. Das ist immer noch ein Klautzer. Das ist immer noch ein Klautzer. Da muss man hin. Bereits zum Feuern auf Ihren Befehl. Ja, Kommandant, wir befolgen Ihre Befehle bis zu unserem letzten Atemzug. Befehl zum Ausrücken, los geht's! Das ist eine Schiene. Vielleicht das MG, kannst du auch Panzerabwehrgeschütz noch mitnehmen. Nur so ist das Ding erledig. Mal schauen, wir. Kommen wir ein, wir haben eine Schurkrise. Wir sind nicht, wir sind nicht. Wir sind nicht, wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Befehl, wir sind nicht. Die Motorenbrummen und unsere Geschütze sind geladen. Wir werden den Feind mit Deutschland vernichten. Wir werden die Menschen machen. Wir haben den Feind. Wir sind nicht. Wir werden die Leute anrufen. Das war ein Bokum. Nichts Iss. Ja. Wir haben das. Das war nicht. Das war's für heute. Für uns geht es wieder zur Schlachtung. Kommandant. Die deutsche Infanterie ist immer bereit. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Verstanden. Ausführen. Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung. Heilen und nachladen. Wir warten auf Ihre Befehle. Zu allem bereit, Kommandant. Befehle verstanden. Die ganze Welt ist ein Arsch? Dann sind wir das Zentrum. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant. Beheilen und nachladen. Beheilen und nachladen. Befehl entdeckt! Scheiße, weit, weit! Befehle verstanden. Nehmen Sie unter Feuer! Wir sollten uns verschanzen. Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Oder will ihr jemanden in der Kaffeepause? Das ist ein Mittelgepeil! Sperrfeuer! Das ist ein Mittelgepeil! Es ist ein Mittelgepeil! Es ist ein Mittelgepeil! Ich freue mich nicht! Es geht nicht! Bereit! Die Befehle ist unverändert. Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Jawohl, Kommandant! Second Echelon is available. Schüsse in den Boden! Ein! Vierer kommt bei mir. Vorwärts zum oben! Die Befehle ist ein Verwärts. Das ist ein Verwärts. Die Mauern mögen fallen, aber unsere Herzen nicht. Auf in die Schlacht, Kameraden! Zu Ihren Diensten, Kommandant! Sie geben den Befehl und wir werden voll. Setzen Sie sich ans Steuer! Die Gruppe ist bereit für den Einsatz. Das ist ein Verwärts. Oder will hier jemand eine Kaffeepause? Jawohl, Kommandant! Alles klar. Los geht's! Ziel in die Vier! Fuss! Zupf! 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 Speerfeuer! Na toll, noch eine Schlacht! Das hab ich vermisst! Verstanden. Angriff. Befehle verstanden. The attack is complete. Proceed to defense. Was? Befehl wird ausgeführt. Verstanden. Kommandant. Oh, Hilfe. Wir werden in dieser Stahlkäste verbrennen. Nee, ihr Lämmer. Für uns geht's wieder zur Schlachtung. Gebt mir die Sandsäcke. Feuer auf, mein Kommando! Zum Sieg! Wir müssen drauf, Junge. Oder Amerikaner sind sie da. Oh, ich muss. Oh, mein Heilig. Melde mich, Herr Offizier. Eis auf die Flieger. Es ist Zeit. Los geht's. Bereit zum Feuern auf Ihren Bewerb. Keine Chance für den Feuern. Alle zu mir! Schatzel, halt rein! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Jetzt! Jetzt! angriff ist die beste verteidigung ein befehl ist ein befehl ein Vorwärts zum Ruf! 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 Der Marschbefehl wurde erteilt! Wir nehmen euch, äh, Sattenschutz! Wir holen uns die Sparte! Was ist das denn? Ach so, irgendwie! Prepare to attack! Ich glaube, dass wir bereit waren für den Angriff! Das gibt uns etwas Deckung! Wir müssen die Einheit erhöhen und unterstützen! Wir sind auf dem Weg! Mehr haben wir nicht! Die Frontlinie muss durchbrochen werden! Verfügbar! Sauber! Ja! Amerikanska! Für das Vaterland! Und attack die Markete Position! Das ist eine Ordnung! Die Frontlinie ist ja... Das muss ich... Verdammt sollt ihr sein! Bereit zum Angriff! Auf in die Schlacht, Kameraden! Sieht genauer! Wir müssen einen Graben ausheben! Bringen wir sie um! Rückt auf den angegebenen Platz vor! Wir müssen uns eingraben! Komm, komm, komm! Geblasen! Feuert aus der Deckung! Feind entweckt! Schwestern! Schwestern! Zieht genauer! Rechen ewig! Kommandant! Wie lauten Ihre Befehle? Stürmer! Schwestern! Schwestern! Das ist ja gut! Wird die Fluss! Wird die Fluss! Unterstand da auch! Nein! Mehr Feuer und sie werden zurückweichen! цен! Sind wir gar nicht bei uns! Jetzt sind die Fluss auf! ぁ! Rägelen wir sie auf! Feuer! Reif zuerst an! The attack is complete. Proceed to defense. Deck mich! Sagen Sie mir nur, was ich zerstören soll. Gehen Sie nicht! Die Hölle sind aber vorbei gekommen. Das ist ganz gut. Wir sind nie zuerst. Greif an! ja jawohl kommandant er hat für uns geht es wieder zur schlachtung sie geben den befehl wir werden folgen die kommen richtig durch mehr feuer und sie werden zurückweichen die kommen nicht vorbei schütze bereit zu ihren diensten kommandant hier müsste mal der andere umgeführt werden dann legen wir los die mauren würden fallen aber unsere herz es ist ausgeführt verstanden sauber unterdrückungsfeier rückt auf den angegebenen platz vor die 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 Das war's für heute. Was ist das? Kommandant! Feuer auf mein Kommando! Na toll, noch eine Schlacht. Das hab ich vermisst. Deutsche Soldaten, zeigt, was ihr könnt! Feuerschutz! Gehört aus der Deckung! Kommandant, wie lauten Ihre Befehle? Verstanden? Packen wir es an! So allem bereit, Kommandant. Los geht's! Für das Vaterland! Vorwärts zum Ruhm! Ich übernehme das Kommando über den Wagen. Go! Feuer! Umfeldorien! Feuer! Zur Seite! Die Laufgabe, die Laufgabe! Auf geht's, auf geht's! Feuer, Feuer, Feuer! Komm mal, ganz! Achtung, los geht's! Die Laufgabe, die Laufgabe, die Laufgabe! 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 Jawohl, Kommandant! Wir warten auf Ihre Befehle, Kommandant! Jawohl, Kommandant! Befehle verstanden! Bereit zum Feuern auf Ihren Befehl! Wir bauen den Bunker. Wir müssen warten. Jawohl, Kommandant. Los geht's. Jungs, bringt die Säcke. Schnell. Sie geben den Befehl und wir werden folgen. Befehle verstanden. Allzeit bereit. Jawohl, Befehl wird ausgeführt. Für das Vaterland. Los geht's. Feuer auf mein Kommando. Bereit zum Einsatz. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Gibt mit Deckung. Feindlich. Greifer! Warten auf den Befehl, den Feind zu vernichten. Der Feind ist gefallen wie Hermslau. Der Feind ist gefallen wie Hermslau. Hey, ihr Lämmer. Für uns geht's wieder zur Schlachtung. Los geht's. Auf in die Schlacht, Kameraden. Feuer! Feuer! Mehr Feuer, sie werden zur Befehl! Vorwärts zum Möw. Ja! Hallo Beleid! Deutsche Infanterie bereit zum Kampf. Ziel genauer! Ein guter Graben kann nie schaden. Herr Lämmer, für uns geht´s wieder zur Schlachtung! Er müsste versetzt werden. Befehle verstanden! Hier rüber! Verstanden! Damit wir die Arsillerien einsetzen können. Jawohl, Kommandant! Zu Ihren Diensten, Kommandant! Kommandant! Feuer auf mein Kommando! Aber ich gehe hoch. Zum Siegen! Sperrfeuer! Das war's, hast du gesehen? Erledigt der Fall. Ich kann die gelbe Einheit vorwenden. Und Sieg! Pferd! Sauber! Sauber! So wird gekämpft, ne Ah nas! Sauber, Sauber, Sauber! Agrarie-Element. ich ist da haben und wo man hin also bis runter geht das geschlagene schlachten schlachtziele abgeschlossen zählen gruppen Alter, 28. Bald bin ich Krieger. ich ja 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 Masini Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.